Ja, moin sind's, Minecraft-Zeit. Gut, bevor ich anfange, habe ich mal ganz kurz was zu erledigen. Und zwar das hier. Und dann machen wir noch hier. Ich erzähle gleich warum. So. Schöne Grüße an Klaus. Der hat sich nämlich aufgeregt, dass die Töne so laut sind. Gut, ich bin aber nicht so, wir machen dann mal alles ein bisschen leiser. Moment, Moment, Moment. Kreaturen, tralali, tralala. Ach, machen wir einfach alles leiser. Ich hoffe mal, dass das so reicht. Wenn nicht, einfach Bescheid sagen. Und dann werden wir sehen, was wir noch leisten können. Gut, wir hatten... Warum sage ich eigentlich immer wir? Hier, ich hatte vor... Naja, es wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Drüben die Fischerhütte. Hui, da ist die Höhle. Die Fischerhütte zu ändern, umzubauen, verfeinern, verschönern. Und so weiter. Das haben wir hier noch drin. Das nehmen wir noch mit. Sonst brauchen wir... Sind das die gleichen Bäume? Vieh drüben. Wir nehmen mal so ein Batzen mit. Ein bisschen Erde bräuchten wir noch. Müsst ihr, glaube ich, da drin sein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Müsste auch reichen. So, haben wir sonst noch irgendwas? Hier ist nichts mehr. Wolle braucht man nicht. Bett braucht man nicht. Nö, das können wir alles drüben machen. War hier noch was drin? Da ist auch nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir mal rüber. Und... Dann würde ich doch mal... Wo ist denn eigentlich die Sonne? Wo ist denn die Sonne? Die ist doch schon mal am untergehen, ne? Das sage ich doch. Aber da drüben sind wir ja sicher. Da spawnt ja nix. Und außerdem spiele ich doch eh noch auf friedlich. Ich wollte ja eigentlich umstehen. Ja, nee. Immer diese Amateure. Gut. Warte, ich gehe mal schnell rüber. Dann... Hüpf. Einmal rein hier. Und... Umstellen. So. Okay, okay, okay. Äh, dann... Ja. Wie dunkel ist es denn schon? Ist es schon schlafdunkel? Oh, ja. Müsste schlafdunkel sein. Dann gehen wir mal ganz schnell hier in eine große Spielwiese reinschreiben. So. Okay. Mal kurz schnarchen. So. Und los geht's. Dann wollen wir mal anfangen mit umbauen. Und zwar wollte ich... Ja. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch die Axt nehmen. Wollten wir ja einmal hier rüber. Hier hinten war ja schon die Tür drin, ne? Genau. So. Und hier rüber. Dann... Dann... Ich weiß nicht alles, was wir hier wegrotzen. Habe ich irgendwo... Wo habe ich denn die Schere? Sie drüben? Habe ich die jetzt wirklich? Habe ich die jetzt wirklich drüben gelassen? Mache mich jetzt nicht schwach. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Geh ich doch mal rüber. Baue ich mir hier eine. Ich weiß jetzt so gar nicht, wie man eine Schere baut. Okay. Ich weiß, wie man eine Schere baut. Cool, wa? Jo, die brauchen wir erstmal nicht. Dann nehmen wir erstmal die Schere mit hin. Genau. Und dann will ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt... Ich wollte doch hier noch ein paar Bäume hinpflanzen. Und zwar so hinpflanzen, dass man... diesen... ganzen Rotz hier nicht mehr sieht. Dann packt man das erstmal hoch. Und die Erde erstmal runter. Und die erstmal runter. Und dann so. Und so. Dann will ich mal gucken, ob das die gleichen Bäume sind. Oder ob es da Unterschiede gibt. Jut, hier ist ja schon eigentlich ziemlich gut zugewachsen. Aber wir können hier trotzdem noch einen hinpflanzen. Vielleicht wächst er ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, da hier drüben. Fehlen noch Bäumchen. Machen wir uns... Hier ist der Durchgang. Hier noch einen hin. Ja. Genau. Da, wo die Fenster sind, da werde ich dann wieder Aussparungen an den Bäumen vornehmen. Ach, ich packe jetzt einfach hier erstmal ein paar Bäume hin. Was wird, das wird. Was nicht, fliegt weg. Und er hat sich das. Aber hier beim Feld nicht so viele, würde ich mal sagen. Nee, da nicht. Wir machen den da hin. Wegen Schatten und so, ne. Was siehst du denn? Oder nichts. Er wächst nichts. Mal so gesagt. Dann pflanzen wir da noch einen hin. So, ist das schön. Und dann machen wir hier auch noch einen hin. Da so. Gut. Dann hätten wir die Seite schon mal zu. Dann machen wir hier noch. Moment, ich brauche noch mehr Erde. R.D. Hier kann ruhig alles schön voll, weil da können eh keine Mobis spawnen. Hier sind ziemlich große Dinge. Machen wir da noch einen hin. Und hier auf der Ecke noch einen. So. Mal gucken, was draus wird. Gucken. Ach nee. Der war schon. Gut. Ich dachte, das war der hier, der schon gewachsen ist. Aber nee. Gut. Aber es wird schon grün. Grün wird schon. Das ist doch schon mal gut. Gut. Da werden wir dann gucken, was passiert. Kann jetzt natürlich sein, dass das alles die falschen Bäume sind. Aber. Ich nehme jetzt erstmal das Holz hier. Ich nehme jetzt mal das Holz hier. Wir brauchen nämlich noch eine Tür. Gut. Tür, 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 Tür. Dann können wir die Bäume erstmal wegpacken. Die Erde erstmal wegpacken. Die Tür reinpacken. Die Tür verbauen. Die Tür da ist nach innen. Genau. Dann müsste die ja. Dann müsste die ja. Wo sitze ich denn jetzt? Was? Wie ist denn der da jetzt hingekommen? Das erklären wir jetzt mal einer. Ist egal. Gut. Dann haben wir da eine Tür. So. Ach so. Durch die Ranken. Ich habe mich gerade gewundert. Warum fliegt der jetzt? Jetzt wird es. Jetzt wird es. Wo baue ich lang? Wir nehmen erstmal das. Doch. Das müssten die sein. Weil das Grün ist verdammt. Verdammt hell. Dann bräuchte ich ja alles. Das sind die Dönse hier. Gut. Döner weg. Dann wollen wir mal sagen. So war es jetzt nicht geplant. Ist egal. So. Machen wir mal. Machen wir. Och. Fall doch mal runter. Ey. Okay. Hier kommen wir raus. Da müssen wir ja hier eh noch zumachen. Was er dann kein Schwein mehr sieht. Das Fenster passt nicht. Schade. Da oben kommt das Dach drauf. Und dann würde ich mal sagen. Wir ratzen hier in die Richtung. Genau. So machen wir das. Okay. Dann. Brauchen wir noch. Trappen. Gut. Ähm. Hier. Machen wir. Nö. Machen wir ohne weg. Hallo. So. Und dann machen wir hier wieder Wand hin. Das muss man alles verkleiden. Dann alles verstecken. Das wird lustig. Gut. Dann könnten wir noch eigentlich hier schon mal. So. Verstecken. Und. 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 Das denn so zu machen. Genau. Dann kommt hier nämlich auch wieder. Das so. Das so. Das so. Und dann kommt hier der Aufgang. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Dass ich so schlecht bin. Das war wieder zu viel. Weil wir müssen doch hier hoch. Mensch. Ähm. Ja. Wie mache ich das hier am blödesten. Am besten da Treppe. Da Treppe. Da Treppe. Hier so eine. So eine Treppe. Und dann da hoch. Genau. Dann brauche ich mal ganz schnell. Der Holztreppe mache ich jetzt nicht mitgenommen. Hier ist bloß Erde drin. Und Blödsinn. Sind hier noch Holz Treppen drin? Natürlich auch nicht. Wozu? Wozu? Oh Mann. Eine Vorbereitung vom Feinsten hier. Wie viel kommt da raus? 4. 3 brauche ich bloß. Das passt doch. Gut. Dahin. Okay. Dann setze man da. Treppen hin. Rrrt. Ein. Zwei. Drei. Genau so. Und dann gehen wir hier hoch. Supi. Doch das passt so. Das muss so sein. Das bleibt so. Und du bist mal ruhig da unten. Du namensloses etwas. Das hier weg. Das muss weg. Das muss weg. Ich weiß auch nicht, wie groß ich das hier mache. Plupp. Du kommst auch weg. Da ist ja nichts mehr viel so von dem Baum über hier oben. Da ist der Raum. Hier kommt die Wand hin. Da muss man ja hier noch eine Etage höher. Ui. Wird schon noch dunkel. Ui. 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 Hier machen wir auch erstmal eine Wand hin. Und dann würde ich mal sagen, so, ne. Damit das nicht so groß wird hier und auswählen wird es dunkel. Wir gehen jetzt mal her machen. Machen wir hier mal zu. Damit wir keine auf dumme Gedanken kommt. Juhu. Mal kurz schnorchen. Und dann geht's weiter. Hier oben würde ich ja eigentlich auch noch Sachen reinbauen. Ohne nicht dazu gekommen. Eigentlich wollte ich ja hier Bücherregale reinschmeißen. Aber da brauchen wir ja tausende von Kühe für. Jut. Dann geht's hier weiter. Moment. Wir machen hier erstmal ein bisschen Funkel-Funkel-Licht drin. Damit das nicht so dunkel wird. Und außerdem brauchen wir heute. Äh. Tippe. Halt aber. Zippe. Geht doch. 36. Naja, das wird ja lange halten. Upp. Upp. Jut. Mal gucken. Wie mach ich's jetzt am blödesten? Ich wende welcher bis da drüben hin. So. Okay. Na, dann können wir da drauf bauen. Dann machen wir hier nochmal. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.